Leute, was geht zu Daily Vlog Nummer 15? Was steht heute auf dem Plan? Solo Zero Build Playstation 5 Cup. Wenn ihr die ganzen Highlights von den Cups sehen wollt, ganz oben in der Beschreibung ist mein Fortnite-Kanal. Hier kommen nur noch Daily Vlogs. Da seht ihr das. Ich werde euch auch nicht mehr spoilern. Ich kann euch vielleicht am Ende... Na, wobei, ich werde euch nicht spoilern. Ihr müsst schon rübergehen, wenn ihr sehen wollt, wie es lief. Stell euch mal vor, ich qualifiziere mich. Bro, dann muss ich es euch eigentlich schon sagen. Dann, ich habe mir schon was zu essen gemacht, meine Lieben. Das ist Haferflocken mit Wasser. Dann den Ofen, weil wir keine Mikrowelle haben. Ich muss mal endlich eine Mikrowelle kaufen. Dann Kakao-Nips, aber die Gesunden von DM, die gefühlt zart-bitter schmecken. Ohne Zuckerzusatz ETC. Und dann noch Tiefkühl, Heidelbeeren und Himbeerobst. Ich wollte schon sagen Gemüse. Vergiss nicht ein Abo auf dem Kanal da zu lassen. Wenn aus irgendeinem Grund euch das Video empfohlen wurde, lasst ein Like da, wenn ihr mehr Daily Vlogs sehen wollt, weil das supportet mich wirklich sehr. Ihr wisst, der Algorithmus, der nimmt uns auseinander. Und falls ihr sehen wollt, wie ich trainiere, ich nehme euch zwar heute mit ins Gym, aber ich mache Motivationsvideos. Ich zeige euch, wie man trainiert. ETC auch auf TikTok. Da gehe ich auch jeden Tag mindestens eine Stunde live. Gönnt das euch. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt direkt in die nächste Runde. Kennt ihr Katzen, die so Sachen wie Haferflocken und so mögen? Er war auch schon in Berlin damals die einzige Katze, die alles gegessen hat. So, der kann vollen Teller haben, der wird alles essen. Ich tue jetzt die Aufnahmen exportieren, weil meine Elgato nervt auf dem USB-Stick. Deswegen jeder, der kein Content macht, obwohl er so viel zockt, nix gut, dieser geht so einfach. Oh mein Gott! Ihr wisst nicht, was passiert ist. Grüne Ampel war gerade nicht. Ich gehe hier rüber. Oh, ah. Ich gehe hier rüber. Handy fällt hier aus meiner Tasche. Ich dachte mir so, nein. Ich höre, ich war da vorne. Da vorne schau auf der gegenüberliegenden Seite. Zum Glück, Bruder, zum Glück habe ich Airpods an. Dann, ich höre auf einmal, ich höre auf einmal keine Musik mehr. Ich denke mir so, wo ist mein Handy? Bruder, wäre es ein Zentimeter, ich schwöre, ein Zentimeter daneben. Gefallen auf Boden, Auto wäre drüber gebrettert. Ich sehe, wie Autos vorbeifahren. Ich dachte mir so, nein, Bruder, bitte nicht. Danke, lieber Gott. Danke, ich habe kein Geld für ein neues Handy. Oh, Bruder, ich habe Glück in meinem Leben. Ich habe Glück in meinem Leben. Ja! Ich habe Glück in meinem Leben. Boah, diese Tasche. Hier, Bruder, das ist rausgefallen. Ich habe es nicht mal gemerkt. Oh, mein Gott. Nein, Bruder, ich habe sowas noch nie... Boah, ihr wisst gar nicht. Wisst ihr, wie wichtig dieses Handy ist? Ich habe erstens kein Geld für ein neues Handy. So. Digga. Boah, wäre das Handy kaputt gegangen? Kein Content, nichts. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, bin ich dankbar. Oh, mein Gott, bin ich dankbar. Oh, mein Gott. Boah, ab jetzt nie wieder in Seitentasche. Benimm dich. Boah, Schein. Jungs, das war gerade wieder einer zu viel. Und Mädels, das war gerade wieder einer zu viel. In diesem Sinne, wir gehen... Wir gehen ins Gym. Wir gehen sowas von ins Gym. Ey, ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich muss ehrlich klarkommen, Leute. Ich bin so dankbar. Und lasse ein Abo und ein Like dafür mehr tägliche Vlogs. Danke, danke, danke. Sowas passiert nur mir. Und das ist halt das Gute, Bruder. Dass ich einfach alles dokumentieren kann. So geil. Leute, ihr müsst Video liken. Und mit euren Freunden teilen. Sonst, ihr seht mich um 9 Uhr hier. Arbeitsamt. Jobcenter. Arbeitsamt. Boah, diese Filme, ne? Da. Da war ich, bevor YouTube lief. Nach Schule. Die wollten mich in dieses Arbeitsamt stecken. Weil ich ein Jahr Pause gemacht habe. Weil ich wusste, YouTube wird klappen. Was macht ihr gerade? Sagt mal ehrlich, was macht ihr? Baut euch doch nebenbei was neben Schule auf. So, Bruder, ich hab vorhin gezockt. Und mein Elgato ging und ich hab gesehen, Bruder, du kannst alles aufnehmen. Du kannst Gameplay aufnehmen. Und wenn ihr schon zockt, wisst ihr, wie ich meine? Wenn ihr schon zockt, dann macht wenigstens mit diesem Zocken nebenbei ein bisschen Geld. Wenn ihr nicht der Beste seid, sondern macht unterhaltsamem Content. Macht irgendwas. Seid bitte Macher. Macht bitte etwas aus euch. Verspricht mir das. Ehrlich jetzt. So, ich weiß, ihr schaut jeden Tag meine Videos. Ihr supportet mich. Und ihr gebt mir was zurück. Aber ich will euch damit was zurückgeben. So, mit diesen ganzen Messages und Real Talks. Ich sag das nicht nur so, weil ich mir so denke, okay, ich brauche jemanden zum Reden. So rede ich auch mit meinen Brüdern, mit meinen Ängsten, mit meiner Familie. Weißt du, wie ich meine? Aber ihr liegt mir auch am Herzen. Ihr seid auch Familie. So, und mich würde es einfach so freuen, wenn ihr so am Machen seid. Oder mir einfach so eure positive Entwicklung über Instagram teilt. Weil da kann man am besten so Kontakt haben. Bruder, wir haben gerade Freitagabend. Ein Kollege von mir hat mir ein Video geschickt. Er ist auf Geburtstag feiern. Eigentlich wäre ich mit ihm heute Jim. Er hat sich aber dafür entschieden. Ich hätte auch hingehen können. Aber lieber bei Regen in der Nacht ist die Jim. Und dann im Sommer, wir werden schauen. Wir werden sehen. Wir werden uns sehen im Sommer. Vertraut mir. Und im Sommer bin ich dann noch lange hier nicht fertig. Das ist der Anfang. Und ihr könnt euch wirklich schätzen, dass ihr von Anfang an dabei seid. Glaubt mir, ich werde eine Entwicklung hier liegen. Ihr werdet stolz auf mich sein. Und wenn ihr mitmacht, ich werde auch stolz auf euch sein. Gubi. Ich bin jetzt im Gym. Heute nehme ich meine Brust komplett auseinander. Also ich habe jetzt schon drei Brustübungen gemacht. Und dann mache ich wieder ein bisschen Bizeps und Trizeps noch. Und dann war es das eigentlich auch schon. Und später spiele ich noch N.A. Central Solo Zero Build Cup. Let's go. Ich bin jetzt fertig mit Jim. Cup beginnt in drei Minuten. Und wenn ich zu Fuß gehen würde, denke ich würde so eine Viertelstunde brauchen. So ein Kilometer. Ich versuche den Kilometer aber jetzt in vier Minuten zu laufen. Ich wünsche mir auf jeden Fall Glück. Und ich hatte heute echt keinen Bock auf Jim. Denkt ihr? Wirklich? Ich hatte Bock um 23 Uhr auf Jim? Nein. Ich bin einfach gegangen, weil ich mir dachte, Bruder, du kannst auch nicht online predigen. Und den Leuten sagen, zieh durch. Dann lernst du selber nicht durch. Was bist du für ein Heuchler? Wisst ihr, wie ich meine? So. Es wird kein einziger Tag geskippt. Am Restday wird auch zwei Stunden spazieren gegangen. Und nebenbei, wenn ich will, Serie schauen und so. Aber Bewegung. Bewegung. Wenn ihr später älter seid, ihr werdet Krankheiten haben. Und euch darüber ärgern, wieso ihr euch nicht bewegt habt. 50% von den Menschen, von den Jugendlichen hier in Deutschland sind adipös. Wisst ihr, was adipös bedeutet? Übergewichtig. Und das ist schon eine Krankheitsform. Deswegen macht was aus euch. Hört auf, euch mit irgendeiner Scheiße vollzustopfen. Ich bin selber übergewichtig. Aber ich tue alles dafür, dass es weniger wird. Und bis Sommer. Wir bauen uns zusammen. Zaunkörper auf. Wir ziehen das durch. Nicht morgen. Nicht übermorgen. Nicht in ein paar Wochen. Nicht in ein paar Monaten. Ah ja. Ich melde mich nächsten Monat im Gym an. Ah ja. Ich habe da und da Aua. Wen juckt's? Wen juckt's, Bruder? Wen juckt's? Ah, ich muss in der Arbeit in Schule. Meine Ex hat Schluss gemacht. Zieh doch einfach durch. Was ist mit dir? So. Mach doch einfach. Jetzt mal ganz ehrlich. So. Oder willst du Motherfucker sein, der stolz auf dich ist, ein klasse Mindset hat, alles durchzieht? Oder willst du eine fette Sau zu Hause bleiben und auf deine Traumfrauen jerken? Sag mal ganz ehrlich. So. Ich denke, wenn du normale Gedanken hast und kein Versager bist, machst du erstes. Und jeder von euch kann alles schaffen, was er sich vornimmt. In diesem Sinne, ich zieh jetzt noch Sprint nach Hause. Kibib. Bruder, Fira-Pace, ich hab's geschafft. Für deine Maschine. Let's go, Leute. Glaubt immer an eure Träume. Ich geh jetzt in den Solo-Cup. Früher, ich liebe mein Leben. Ehrlich, danke für alles, was ihr mir immer ermöglicht. Ihr seid die Besten. Auch, wenn ich zur Zeit nicht viel hab. Ich bin dankbar für alles, wirklich. Ich mach mir ja sonst immer zum Abendessen. Also ich war schon duschen. Ende vom Lied. Ich konnte den Cup irgendwie nicht spielen. Nach einem Game irgendwie stand da, dass Region locked ist. Obwohl ich extra auf 2. Account gespielt hab. Und sogar die PS5 zurückgesetzt hab. Also dahingehend haben die mich einfach auch gepackt. Was richtig nervig ist. Wieso lassen die Leute nicht auf mehreren Regions spielen? Wenn man schon diese Region Lock umgeht und so. Das juckt doch nicht. Man spielt auf Hyping. So, weißt du, wie ich mein? Gönnen doch einfach. Es sind eh so wenige Cups in Fortnite. Aber ja, das ist auf jeden Fall nicht die Sache. Die Sache ist nämlich, meine lieben Damen und Herren, dass das Maggi weg war. Und vor allem das Reis von gestern, was ich vorgekocht hab, hat meine Schwester weggeschmissen. Hä? Ich hab zu ihr gesagt, ab jetzt bitte wirf nie wieder Reis weg. So eine Lebensmittelverschwendung. Oh. Und dann hab ich jetzt einfach Gemüse ohne nix gegessen, weil ich das Maggi auch nicht gefunden hab. Weil ich mach immer so über mein Gemüse Maggi für die Leute, die es nicht wissen. Und dann hat es so einen richtig geilen Taste. Müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr so Kaisergemüse, also Brokkoli und Karotten mögt. Ja. Ich hab einfach Gemüse jetzt ohne nix als Abendessen gegessen. Kompletten Teller. Ich war aber auch echt so faul, mir irgendwas anderes zu kochen. So, ich dachte mir so, ach, ich will einfach irgendwas jetzt auf schnelle Welle. Und dann schlafen. Ja. Und in diesem Sinne, meine lieben Damen und Herren, ich hoffe, ich mach seit über zwei Wochen jetzt schon Daily Vlogs. Da merkst du einfach, wie schnell die Zeit vergeht. Und genauso wie ich die Daily Vlogs durchziehen werde, müsst ihr mit mir mit Sport durchziehen. Egal wann ihr das Video jetzt schaut. Steht jetzt auf, fangt an mit Sport. Macht Liegestützen, Sit-Ups, irgendwas wenigstens. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Falls ihr schon mit Sport durchzieht, welcher Tag. Das könnt ihr jeden Tag immer unter die Videos schreiben. Danke für den ganzen Support. Neben meinem Kopf kommt ihr jetzt zu den letzten Videos. Kriegt die unbedingt an. Abo und Like nicht vergessen. Beste Community. Und es ist wie im Spiegel, man sieht sich.